Musik Jetzt bin ich wieder zu Hause, Leute. Und ja, habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet, mir Gedanken gemacht, die Tour nochmal Revue passieren lassen. Habe hier mein Whiteboard vorbereitet, meine kleine Tafel, alles notiert, was ich euch sagen möchte. Und zwar wird das Ganze so ablaufen, dass ich euch mitteile. Also es geht speziell jetzt um die Ausrüstung, die ich dabei habe. Wir fangen an mit den negativen Sachen, was nicht gut funktioniert hat draußen bei dieser Kälte. Ja, was ich nicht mehr mitnehmen würde zum Beispiel. Dann zweitens, was positiv war, was sich gut gemacht hat draußen bei dieser Tour. Drittens, was gefehlt hat, was ich bei der nächsten Tour auf jeden Fall mitnehmen würde, gerade bei einer längeren Tour. Und viertens, ja, was zu Hause bleiben kann, was ich jetzt so eingepackt habe, ja, dem Luxus wegen oder was ich auch gar nicht gebraucht habe. Also was hätte zu Hause bleiben können. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Hinweise und Tipps von mir. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Also, was war negativ? Fangen wir an, einfach hier mit dem Feuerzeug. Feuerzeug bei Kälte zum Entzünden von Gaskocher, Spirituskocher oder auch dem Lagerfeuer empfiehlt sich nicht. Ich bekomme es schwer an, gerade mit Handschuhen geht es schwer. Und wenn Schnee da ist und da fällt ein bisschen Schnee ins Feuerzeug rein, dann ist die Reibefläche nass. Und dann geht da gar nichts mehr, dann sprühen keine Funken mehr. Ich habe dieses Feuerzeug hier ein bisschen frisiert, damit ich eine größere Flamme habe. Aber das bringt alles nichts. Ich habe gute Erfahrungen mit Streichhölzern oder dem Wenger Clava. Das ist ein Sturmfeuerzeug, also Sturmfeuerzeuge oder auch diese Gasfeuerzeuge mit Elektropietätszündung. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Mit dieser Zündung, diese Feuerzeuge, die eignen sich bei diesen Wintertemperaturen. Also ein Feuerstahl oder jetzt Feuer schlagen, Feuer bohren, das mache ich auch der Freude halber, des Spaßes halber. Oder mit dem Feuerstil, den nutze ich eher weniger, ist auch zu aufwendig. Also ich finde am einfachsten Streichhölzer und Gasfeuerzeug mit Elektronikzündung, mit diesem Elektrofunken. Dann, was war weiter negativ? Machen wir hier gleich weiter. Das Beil, ja, eigentlich bin ich großer Freund von Beilen. Also ich kann damit ruckzuck mein Feuerholz machen, aber es ist ganz schön gefährlich. Mir ist da ein Malheur passiert draußen. Ich habe mich verletzt mit dem Beil. Mir ist erst am Abend aufgefallen, wie schwer ich mich verletzt habe am Knie. Und zwar ist es so gekommen, dass ich einfach nach dem Holzmachen wollte ich das Beil in einen Baumstumpf reinhauen. So seitlich, bam, dass das Beil stecken bleibt, damit ich die Hände frei habe. Dieser Baumstumpf war angefroren. Das Beil rutscht so seitlich ab und mir an die Seite des Knies. Ja, durch zwei Hosen durch und ja, ich denke mal nicht, dass ihr sehen möchtet, wie das da drunter aussieht. Ich habe das auch erst abends gesehen, als ich in meinem Lager saß, meine Hose ausgezogen habe, um in den Schlafsack reinzukommen und sehe dann da das Malheur. Ja, habe ich dann gleich verbunden. Da kommen wir auch gleich zum Erste-Hilfe-Set zu sprechen. Ja, und da habe ich mir gesagt, nee, Beile draußen. Also entweder auch volle Konzentration. Es ist ein gutes Werkzeug. Es hilft enorm, aber die Verletzungsgefahr ist riesig. Mit einer Säge kann ich mich auch gut schneiden, aber bei einem Beil, wenn ich mich da verhaue, dann ist es drin oder ist es ab. Und ja, ein Beil hat schon Schwung. Deswegen überlege ich mir das nächste Mal, ob ich das Beil mitnehme. Es hat auch schon ein ganz schönes Gewicht. Natürlich, es wiegt auch was. Also das heißt, das Beil würde ich bei einer Wandertracking-Tour nicht mit dem und spart bestimmt knapp zwei Kilo. Ja, als ich dann abends da saß, habe mein Knie verbunden, habe ich gemerkt, das Erste-Hilfe-Pack. Ich habe zum Glück zwei dabei gehabt. Eins in der Seitentasche, eins in der Jackentasche hier am Ärmel, dass die viel zu klein sind. Wenn ich eine Tour mache, eine längere Tour, dann brauche ich ein größeres Erste-Hilfe-Set. Muss auch für solche Eventualitäten gerüstet sein. Wenn ich jetzt in der Wildnis Kanadas unterwegs wäre, dann sollte ich sogar noch ein Näh-Set dabei haben. Gerade wenn ich mit Klingenbeilen unterwegs bin, dann sollte man wissen, wie man in so einem Fall die Wunde auch wieder verschließt. Genau, also mehr Erste-Hilfe-Material. Man kann nicht genug davon haben. Schrott waren diese Billigbatterien. Ich war noch im 1-Euro-Laden. Hier ist zwar Warta, aber ich mache die hier ins Mikrofon rein. Und klar, es war auch kalt draußen, da halten die Batterien eh nicht so lang. Aber ich habe die drin gehabt, fünf oder zehn Minuten, dann waren die schon wieder leer. Also das nächste Mal kaufe ich wieder im Supermarkt qualitativ hochwertigere Batterien. Die halten dann auch länger. Ja, das war es auch schon zu den negativen Sachen. Kommen wir zu den positiven Sachen. Positiv, also zufrieden bin ich mit meinem Schlaf-Set. Ich habe hier außen als äußerste Hülle den Biwak-Sack von Carintia. Und der ist so groß, dass dort meine Isomatte und mein Schlafsack hineinpassen. Der ist aus Gore-Tex auch atmungsaktiv. Hier habe ich die Exped Synmat 9LW. Absolut top. Bequem, warm, weich. Ich bin Seitenschläfer. Ich kann auf dieser Isomatte wunderbar liegen. Leichtes Handling. Okay, vom Packmaß her geht es gerade noch so. Ist halt eine Winter-Isomatte. Tipp top. Dann als Schlafsäcke habe ich hier den Carintia 4 Defense und den Carintia Tropen Schlafsack. Ich habe den Carintia Tropen Schlafsack in den großen hineingesteckt. Mir war pudelwarm in dem ganzen Set. Vielleicht wird es auch ohne Carintia Tropen gehen. Meiner Erfahrung nach brauche ich aber dennoch ein Inlet, vielleicht eine Fließdecke oder so. Wobei die vom Packmaß her mit dem Carintia Tropen eigentlich fast gleichwertig ist. Also habe ich besser dieses Set hier genommen. Und wenn man es vergleicht zum Beispiel mit dem US Modular Winter Sleeping Set. Die haben auch so ein Winterschlafsack Set. Die US-Armee ist bei weitem viel größeres Packmaß. Also das Packmaß hier, das geht noch. Und damit bin ich einfach auf der sicheren Seite hier draußen. Gestern Abend war es fast warm im Schwarzwald. Es war dann minus 1 oder 0 Grad. Aber heute Morgen waren es minus 10 Grad. Und es ist einfach richtig kalt. Aber hier mit diesem Set bin ich absolut geschützt. Es ist eine Top-Verarbeitung, Top-Qualität und ich bin sehr damit zufrieden. Dann des Weiteren war ich mit meiner Taschenlampe sehr zufrieden. Diese Stirnlampe. Und zwar hat diese Stirnlampe eine Funktion. Ich mag das nicht, die Stirnlampen, das Licht, wenn es ständig so hell ist. Aber diese True Night TH10 ist das. Hat eine Funktion. Da drücke ich einmal lang drauf. Und dann hat die so ein Moonshine Light, nennen die das. Also so ein leichtes Licht. Das fällt eigentlich kaum auf. Das Licht fällt nur auf. Das hat mir beim Kochen geholfen. Wenn ich koche und habe hier meinen Topf oder ich will irgendwas nah anschauen, dann habe ich das hier etwas heller. Natürlich, wenn ich in die Ferne schaue oder so, dann erleuchtet es nichts heller. Aber so zum Nah. Ich hatte es dann die ganze Zeit auf. Habe dann hier gekocht, rumgewerkelt. Wenn ich dann aufgestanden bin und bin zum Lager, habe ich hier die Lampe angemacht und konnte einfach sehen. War sicher. Hatte Licht. Und ansonsten bin ich jetzt auch nicht so der Typ, der immer eine Taschenlampe oder der immer Licht hat. Also ich mag es, wenn es abends im Lager, wenn es Feuer brennt. Und wenn man mit mehreren Leuten, da sind wir dann nicht alle mit Stirnlampen rumlaufen, sondern ich habe lieber das natürliche Licht vom Feuer. Und wenn dann so eine schwache Beleuchtung oder eben Rotlicht. Bei manchen Stirnlampen, wir haben so ein Rotlicht, das stört auch nicht so. Also ja, diese Taschenlampe, ich bin absolut begeistert. Die Kälte locker mitgemacht. Batterie geht immer noch. Volle Power. Top Teil. Dann, mein Handschuhsystem war auch super. Das habe ich auch gelernt. Und zwar hatte ich ja hier diese Fingerhandschuhe. Die sind jetzt völlig durchnässt. Aber als erste Schicht hatte ich so gestrickte Handschuhe. Dann habe ich diesen Handschuh hier drüber gemacht. Und das war sehr hilfreich gestern. Also ich hatte immer warme Hände. Und wenn ich was draußen machen musste, Paracord, Schnüre, Knoten oder so, habe ich diesen Fingerhandschuh ausgezogen. Meine Hände waren immer noch mit einem dünneren Handschuh bekleidet. Und ich hatte so immer warme Finger. Wenn ich dann geknotet habe, zack, hier Fingerhandschuhe wieder an. So, wenn man jetzt am Feuer ist abends, dann ist es doch immer sehr warm. Und der Schnee schmilzt auch. Die Sachen werden nass. Das heißt, dieser Handschuh ist nass, feucht geworden. Und ich war froh, dass ich heute Morgen dann noch meine großen Fäustlinge hatte. Somit konnte ich heute Morgen, habe ich die ganze Zeit immer nur Fäustling an, Fäustling aus. Der war ganz trocken, dieser Fäustling. Und wenn ich also unterwegs bin auf einer längeren Tour, auf jeden Fall zwei Handschuhe. Wenn ein Paar nass wird, dann hat man das nächste Paar und kann das nasse Paar. Ich habe versucht, heute Morgen und gestern Abend noch ein bisschen zu trocknen. Aber die wurden nicht mehr richtig trocken. Also, Handschuhsystem, dünner Handschuh, etwas dickerer und dann ganz großen Fäustling drüber. Dann ist man schon auf der guten Seite. Okay, das war es schon bei den positiven Sachen. Mir fällt noch eine bei den positiven Sachen, die Technik. Unglaublich, was diese Kameras aushalten. Man denkt es gar nicht. Ich hatte meine Canon Legria auf dem Stativ die Nacht über neben meinem Schlafplatz stehen, weil ich nachts vielleicht was filmen wollte oder gleich früher morgen und nicht da großartig rumfummeln. Ich hatte sie einfach ein bisschen abgedeckt. Aber heute Morgen, ich schalte die Kamera an, bing, sofort funktionstüchtig. Der Akku auch noch in einer guten Kapazität, außer diese Billigbatterien eben. Aber sonst, diese Akkus zur Kamera, top. Meine Spiegelreflexkamera, top. Hat sich bei der Kälte wunderbar, hatte eine wunderbare Funktion. Alles hat funktioniert. Ich konnte Bilder machen, ich konnte weiterhin filmen. Also, die Technik, die hält schon sehr viel aus, muss ich sagen. Genau. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, die gefehlt haben. Also, gefehlt hat mir auf jeden Fall Schneeschuhe. Ist klar. Der Schnee ist so hoch. Dann noch mit diesem Rucksack drauf. Also, ich habe mir dann ums Lager herum Wege gebahnt und bin dann auf diesen Pfaden gelaufen. Das war ganz lustig. Hat richtig Spaß gemacht. Man fühlt sich so richtig ein bisschen behütet, weil man kann nur auf diesen Wegen laufen. Alles außenrum geht nicht. Das heißt, da kann keiner schnell rennen oder sonst was. Das war lustig, aber jetzt zum Wandern, für Trekking oder so geht das im Schwarzwald. Hier mit der Schneehöhe ohne Langlaufski, ohne Schneeschuhe gar nicht. Aber dieses Problem kann ich leicht lösen. Hier gibt es im Schwarzwald bei den Tourismusbüros überall Schneeschuhe auszuleihen. Tageweise oder mehrtagesweise, mit Stöcken sogar. Also, da kann man das gut ausgleichen. Dann eine Schneeschaufel wäre super gewesen. Einfach so eine kleine Schneeschaufel. Kostet bestimmt auch nicht viel. Werde ich mir eine bestellen. Kann man auch zusammenklappen und die am Rucksack befestigen. Und dann hätte ich mein Lager noch ein bisschen besser ausgraben können. Da kann man sich auch Dinge bauen. So eine Ablage, eine kleine Mauer, einen Windfang. Viele Sachen kann man sich aus Schnee machen. Sogar eine Schneehöhle. Also ganz viele Sachen. Ist sehr hilfreich, so eine kleine Schneeschaufel. Ich habe alles mit meinen Händen gemacht. Ging auch, aber ist natürlich etwas aufwendiger so. Dann, genau. Eine Thermoskanne wäre wichtig gewesen. Weil ich hatte ja nur diese Stahleisenflasche von Dave Canterbury hier dabei. Die ist super. Die kann man im Feuer zwar erwärmen. Aber wenn ich am nächsten Morgen aufwache, ist hier drin das Wasser angefroren. Und ich kann also kein Wasser lagern, ohne dass ich es wieder auftauen muss am Morgen. Und ja, ist einfach eine Thermoskanne sinnvoller. Ich kann mir abends nochmal einen Tee kochen. Und habe dann die Nacht über was Warmes zum Trinken. Beziehungsweise am frühen Morgen auch gleich wieder was Warmes zu trinken. Also eine Thermoskanne sollte auf jeden Fall dabei sein. Dann, ja, was auch noch fehlt. Ich meine, mir war warm. Meine Kleidung war absolut top. Ich war bestens gekleidet. Aber noch so ein kleiner Komfortplus wäre so eine aufplusterbare Jacke. Gibt es auch von Carincia oder von anderen Outdoorfirmen. Das sind solche, ich weiß gar nicht, wie die nennt, Unterziehjacke. Und die haben auch so eine Füllung wie im Schlafsack drin. Und die kann man dann anziehen, die Jacke. Und dann die Überjacke drüber. Man hat es dann immer schön warm. Also, ja, wäre ganz praktisch gewesen. Es ging auch so. Ich hatte diese günstige BW-Unterziehjacke. Dieses alte Modell. Also es ging. Mir war dauerhaft warm am Körper. Ich hatte ja oben drüber diesen Nässe-Schutzanzug. Was auf jeden Fall empfehlenswert ist. Nur diese Hosen hier. Und die werden eben feucht, weil der Schnee kleben bleibt hier dran. Dann bin ich wieder am Feuer. Dann schmilzt der Schnee. Hier ist noch ein bisschen Schnee. Dann werden die Sachen nass. Und hier mit diesem Gore-Tex-Nässe-Schutzanzug. Der wird nass. Am Feuer dampft wieder alles ab. Und ja, meine Unterbekleidung war immer trocken. Das ist das Wichtigste. Gamaschen hätte ich noch gebraucht. Diese ganzen Hosen hier. Auch diese Hosen hier. Die ist von Leo Köder übrigens. Wir haben zwar unten hier so eine Gamasche. Aber reicht nicht. Ich brauche eine Gamasche, die unten am Fuß mit einem Riemen fixiert ist. Weil mir doch immer wieder ein bisschen Schnee reinkam. Also Gamaschen wären auch noch eine hilfreiche Sache gewesen. Aber generell, meine Füße kam jetzt nicht so viel Schnee rein. Meine Füße waren trocken. Ja, eine Sitzunterlage wäre gut gewesen. So eine kleine Sitzunterlage. Ich hatte jetzt meine große BW-Isomatte dabei. So eine faltbare. Die hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Die hätte ich austauschen können mit so einer kleinen Sitzmatte. Und kann dann da auf dem Schnee sitzen. Am Lagerfeuer. Wobei es teilweise auch so ging, dass ich ohne Isomatte auf dem Schnee gesessen bin. Und es war nicht mal kalt. Also so eine kleine Sitzunterlage ist auch hilfreich. Und als letztes lange Unterwäsche wäre noch gut geschickt gewesen. Gerade abends, wenn man zu Bett geht. Es ist schon recht kühl an den Beinen. Ja, eine lange Unterhose. Long Sleeve habe ich sowieso. Also ja, vielleicht eine lange Unterhose. Ist ganz praktisch. Auch wenn man morgens aufsteht, dann zieht es nicht gleich so kalt. Naja. Ist jetzt nicht so wild. Aber ist natürlich auch wieder ein besserer Komfort. Okay. Kommen wir zum vierten Punkt. Was zu Hause hätte bleiben können. Jo, zu Hause hätte bleiben können diese schwere BW-Wolldecke. Die habe ich einfach aus Komfortgründen mitgenommen. Und weil ich dachte, dass ich direkt neben dem Feuer liege. Das werde ich zukünftig auch nicht mehr machen. Außer es ist jetzt ein ganz besonderer Platz, wo das so möglich ist. Aber generell ist es besser Feuer zu machen. Und wenn man jetzt mit Tarp und Biwaksack etc. unterwegs ist, kann man seinen Schlafplatz auch ruhig entfernt vom Feuer machen. Weil im Schlafsack drin spüre ich die Wärme des VSE kaum. Da ist mir so oder so warm. Und die Wolldecke hatte ich zum Abdecken der ganzen Sachen mitgenommen. Falls Funkenflug ist, dass es mir nicht da in den Biwaksack reinschmilzt. Ja, ich habe die Decke jetzt einfach zum Draufsitzen genommen draußen. Und habe während ich geschlafen habe, mein Schlaflager damit abgedeckt. Ist schon schön bequem. Auch wenn man dann morgens oder abends mal im Lager sitzt. Auf der Isomatte ist es schön hier auf der Wolldecke zu sitzen. Weil die ist nicht kalt. Der Schlafsack und alles, wenn man da frisch reingeht mit der blanken Haut. Es ist ganz kalt, dieser Polyesterstoff. Die Wolldecke fühlt sich immer angenehm an für die Haut. Es ist also, ja, so ein kleiner Luxusartikel. Aber eben schwer, groß könnte ich zu Hause lassen. Dann, genau, Beil kann zu Hause bleiben. Arbeitshandschuhe dachte ich, vielleicht brauche ich zum Äste knacken und so. Aber brauche ich nicht. Wenn ich gute Fingerhandschuhe habe, unten mit Lederbesatz, dann geht es genauso. Die zweite Isomatte, ja, die BW-Falt-Isomatte, die hätte auch zu Hause bleiben können. Und eventuell der Tropenschlafsack, der hätte auch zu Hause bleiben können. Ja, abschließend. Jetzt meine Hinweise noch für euch, so was ich noch mitgenommen habe. Also Spirituskocher ging, obwohl es kalt war. Der Spiritus hat gebrannt. Ich musste mit dem Feuerzeug ein bisschen länger dranbleiben oder mit dem Streichholz. Man kann auch den Spiritus in der Tasche lagern oder wenn man nachts schläft im Schlafsack, dass der Spiritus nicht ganz so kalt wird. Aber generell lief der Spirituskocher. Auch bei der Kälte hat das gebrannt. Eventuell ein Einwandzelt ist auch eine schöne Sache. Da gibt es von der holländischen Armee so ein Einwandzelt oder auch von Carincia gibt es auch ein hochwertiges Einwandzelt. Die sind auch ganz geschickt, gerade wenn das Wetter schlecht ist. Das Wetter war sehr gut, aber wenn es schneit, eventuell noch windet, dann ist man natürlich in so einem Einwandzelt richtig gut geschützt, kann alles reinpacken, Reißverschluss zu und gut ist. Also das ist natürlich schon eine tolle Sache. Dafür kann man bei den meisten Einwandzelten nicht so rausschauen. Und ich habe es einfach genossen, als ich heute Morgen aufgewacht bin und heute Nacht auch mal und einfach rausgeschaut habe, was da so los ist, die Tannenwipfel gesehen habe. Also hat alles für und wieder. Ja, dann mein Rucksackgewicht. Ich wiege meinen Rucksack nie und ich bin, so wie er ist, absolut zufrieden damit. Ich habe gern diese großen Rucksäcke. Der hat 110 Liter. Ich mag das. Mich stört es auch nicht, wenn der Rucksack vollgepackt ist. Das ist einfach meine Ausrüstung, die ich habe, die ich verwende. Ich komme damit klar. Ich mag das nicht so, diese Ultra-Light-Sachen, wo alles so klein verpackt ist und so. Es mag vielleicht alles ganz praktisch sein. Ich habe eben diese Ausrüstung und ich bin einfach zufrieden damit. Das ist alles in Oliv- oder Tarnfarben teilweise. Ich weiß, dass die Sachen sehr robust sind und dieses Gewicht, ich kann damit locker laufen. Ich laufe jede Strecke. Und meiner Erfahrung nach macht es oft nicht so einen großen Unterschied. Großer, kleiner Rucksack. Ich bin Touren gegangen mit Leuten, die hatten kleine Rucksäcke, die hatten großen dabei. Und dennoch waren alle erschöpft hinterher. Also es kommt auch ein bisschen auf die Fitness drauf an, auf die körperliche Konstitution. Und ja, bei mir passt es genau so. Ich bin da nicht so der Gewichtssparer und schau da und da. Sondern ich habe meine Ausrüstung. Ich bin sehr zufrieden damit. Klar, jetzt wollte der Gebeil. Muss nicht unbedingt sein. Das sind dann auch wieder gleich ein paar Kilos, die wegfallen. Aber sonst der Rest. Hier Edelstahl, Kochgeschirr nehme ich lieber mit. Mit als Aluminium. Ich brauche keinen Titaniumlöffel und solche Sachen. Sondern eben diese Sachen. Ich bin zufrieden damit. Jeder macht es eben so, wie er es mag. Jo, also das war es von meiner Seite aus. War eine super Erfahrung. Ja, war eine einmalige Erfahrung. War eine ganz wichtige Erfahrung. Trotz Verletzung am Knie. Das sieht schon wieder ganz gut aus. Das wird wieder zu heilen. Ich hatte richtig, ja richtig, richtig Glück. Da bin ich auch sehr dankbar darüber, dass ich so ein Glück hatte. Kann auch anders ausgehen draußen. Es hat immer Gefahren. Alles, was man macht, hat eine gewisse Gefahr. Das muss man wissen. Und man muss natürlich immer bei sich sein. Konzentriert sein. Und dann klappt es auch. Also, ich wünsche euch auf euren Touren viel, viel Spaß. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet aus diesen Videos. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir unten in die Kommentare rein. Nutzt meine sozialen Netzwerke. Facebook, Instagram, Snapchat. Da könnt ihr mir kurz Videos oder Texte schreiben. Und oft ist es so, dass ich dann eins zu eins antworte. Kurz mit einem Video zurück ist mir lieber, als ewig lang zu schreiben. Also, ich bin erreichbar, Leute. Ich beantworte eure Fragen. Ich bin offen für eure Anregungen auch. Ihr habt viele, viele Ideen, auch zu diesem Indoor-Studio hier. Da kommt noch einiges. Jo, also, dann schließe ich das lange Video hiermit ab. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüssle. Also, das ist ideal. Vom Gewicht her, vom Packmaß. Die ist wirklich sehr leicht. Die ist schon fast blechartig. Die sind hier auf jeden Fall gut vernäht. Kann ich vorweg sagen. Ich habe den öfters schwer gepackt. Und hier ist es nochmal doppelt vernäht. Hier ist also nichts eingerissen oder sonst was. Das hat gut gehoben. Also. Also.